Okay, der Helikopter ist auf der anderen Seite. Ah, hier war direkt ein Taser. Okay, kommen wir uns nicht drum. Ich höre noch einen Taser. Ah, shit. Warte, äh... Wo bist du denn? Das Feuer geht wohl langsam down? Nein, ich versuch's nicht zu tun. Okay, AD ging wir hier gerade durch zum Boden. Aber meine Wache macht irgendwie kein Damage. Das ist ein bisschen scheiße. Ich muss zehnmal auf den Kopf zählen. Okay, ich lasse es los. Wir müssen jetzt wieder da oben hinbekommen. Wer? Als bei mir vorhin gerade kurzzeitig unten, dann warst du weg und jetzt bist du wieder am Anfang. Ich bin rengerannt. Ich bin rengerannt. Ah, scheiß Shopper. Habt ihr überhaupt irgendeine Tasche da reingekippt? Ah, eine. Der ist doch oben spawnen. Das ist doch viel besser. Irgendwie ignorieren die Politisten nicht. Das ist Musik voll häufig. Steht einfach nur rum. Boah, die seien sich die ganze Zeit in diesen Lager. Ja, aber selbst die Bullter oder so, die stehen rum und lassen sich von mir abschießen. Warum? Weil ich viel lag. Dann bist du bei dem Host woanders. Oder bist du der Host? Ich bin der Host. Ich wurde schon wieder von einem viel zu leisen Knocha umgenieset. Ich habe den nicht gehört. Okay. Jetzt müssen wir noch einer aufhelfen. Ja, okay. Ich werde nicht mehr raus. Ich werde jetzt sterben, weil ich kann nichts machen. Nimm einen Medipack. Bitte. Aber ich kann dieses Schild nicht töten. Das dreht sich instantan um. Spring es an und mach einen Nahkampfangriff. Ja, dafür brauchst du aber einen entsprechenden Flirt. Alles klar. Die haben sich gewehrt. Die Samthandschuhe sind vorbei. Der freut sich. Ach, hier sind noch Pakete im Bus. Ja, die sind gerade neu runtergefallen. Nee, nee, die sind glaube ich von Anfang an da. Aber die sind sehr schwer zu sehen. Bist du sicher, dass das Pakete sind? Und nicht Böses? Nein, ich habe Koks rausbekommen. Okay, die Hele ist vorne, dann räume ich jetzt Koks rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Böses im Bus ist. Ja. Und... Okay. Das ist alles. Jetzt können wir Koks verlangen. Klingt, deine Präzision ist nicht klein. Danke. Wie viel Koks geht denn da rein? So viel wir rein kriegen, in der Zeit. Gut. Einfach immer weiter reinwerfen, bis nicht mehr. Ich habe keine Aktion mehr. Und ich wurde schon wieder weggekickt. Meine Güte. Wir haben aber echt einen extrem starken Schlag drauf. Ah. Ich flieg immer sogar über die halbe Map, wenn die mich einmal hauen. Oh, da unten sind ganz viele Koks-Pakete. Ja. Oh, ein Polizist will mitfliegen. Bei mir habt ihr keine Geiseln mehr. Bei mir auch. Ja. Irgendwer schießt die, die ich zu Geisel nehmen möchte. Okay, ich schieße jetzt erstmal nicht mehr, sonst versaue ich euch noch irgendwelche Geisel nehmen. Ich flieg ganz abfall an. Wird hier irgendwie gesagt, dass der neueste Patch die Nachladezeiten verkürzen sollte? Ja, irgendwie hieß es da was von wegen, dass jetzt, dass man nicht mehr warten muss, bis die Animation vorbei ist, bis man schießen kann, sondern wirklich, sobald man voll ins Magazin ist, kann man losbannen. Irgendwie sowas war das. Macht Sinn. Alles klar, hui. Okay. Da drüben sind noch Pakete. Vielleicht gebe euch ein bisschen Feuerschutz, weil da kommen sehr viele Leute. Dann haben wir auf die Hubschrauber gerufen, dann bring ich mal einen Koks. Aber dann haben wir eventuell eine Fluchtmöglichkeit. Okay, hab noch ein Paket Koks. Die Poetisne ignorieren mich hier auf voller Kanne. Dann erschieße ich euch einfach einen. Hab noch ein Paket Koks. Bin gleich down, fuck. Kann mal jemand zu mir kommen? Sofort. Ich bin gerade bei einem Dozer. Ja, ich kann's versuchen. Ja. Ja, wenn du es am besten gehst, du... Da liegen ganz viele Pakete mit Koks. Die hab ich geholt. Du hast es versucht. Ich hab gerade den Dozer im Nachkampf besiegt. Ich hoffe, ich krieg die Auszeichnung. Das musst du ja eigentlich aufbauen. Hast du die Frage gekriegt? Nein. Dann kriegst du sie nicht. Dann kriegst du sie nicht. Hast du es vielleicht schon? Müsste ich mal gucken, aber ich wüsste nicht, dass ich einen hier gemässert habe. Wo sind denn... wo ist denn noch mehr Koks? Da sind überall so gelbe Pakete markiert. Da hinten, oder? Ne, was sind das die? Ne, das sind ganz normale... Die wollen wir so gelbe Kreise sind. Das ist Koks. Achso, ja, gut. Das sind die Geschenke. Vielleicht. Okay, hier ist Koks drin, das kann ich nicht aufheben. Ach, weil ich noch Koks trage. Hier ist der Heli. Und, ihr Freundes. Ach, scheiße. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Gut, ich werde leicht reden, ne? Auf mich schießen sie ja nicht. Ja, auf mich schießen alle. Was soll denn machen? Äh, mich hat gerade ein Sniper erwischt. Wir haben unser Koks geklaut, ja. Ja, hm. Wer? Die Polizisten. Ich bin down. Wo denn? Ich seh's nicht. Ich hab da ein Paket hingeschmissen, das ich leer gemacht hab, und die haben's geklaut. Ach so, nein, das hab ich in den Heli geworfen. Äh, und irgendwie von euch habt, äh, das Koks daneben. Ja, da ist ja down. Einzündunghaft. Ja, hup. Schrie sie grad nicht. Okay. Sicher, dass ihr nicht mal eben abhauen wollt? Ja, ist glaub ich besser. Na los, Clint. Ja, aber dann ziehen wir doch weniger. Ja, aber sonst krieg ich gar nichts. Okay. Ich glaub, da hinten mal ein bisschen, äh, Schüsse in die Hose. Ähm, gut. Klink wollte nicht abhauen. Nö, wollte ich nicht. Okay. Alles klar. Aber die Klauenfrau des Koks wollte ich nur mal sagen, ne? Hinter dir, Adi. Nein. Ich will, oder? Okay. Oh. Ah, den Fäder hab ich's gegeben. Aber, uuuh, ich bin leer geschossen. Und warum wolltest du nicht abhauen kriegen? Ja, weil's grade Spaß macht. Ja. Ja. Mein Koks. Ja, damit. So, zieh ich mir jetzt rein und dann geht's los. Wo steht er denn? Also, irgendwo bei euch müsste ein Sniper sein. Ich seh nur sein Visier, das von da hinten vom Haus kommt, aber den selbst kann ich nicht mal Ja, wie sie alles sind bei uns. Signalierst du mal dem Jedi. Nur noch. In Dreck. Nur noch wir beide sind da. Da oben ist der Sniper tot. Warte mal. Warte mal. Komm mal ins Haus rein, ja? Signaliert doch schon mal dem Jedi. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, nee, hinter dir ist ein Dose. Nee, ein Cloaker sogar. Ja, der... Warte. Eine ist durch. Ich seh keinen. Der stand da an der Wand. Ja, der frisst mir ein bisschen zu viel. Du hast mich nicht getroffen. Bei mir. So, mehr Koks. Geiseln haben wir, das können wir euch gleich austauschen. Wenn wir jetzt jemals vorbei ist. Halt der Polizei stoßen. Halt. Ähm. Hey! Der hat die Geiseln einfach befreit. Braucht meine Zweifel. Braucht ein bisschen Munition. Nimm mal ruhig ein paar mehr Geiseln und kling. Okay, ich guck, dass ich welche finde. Okay, das sieht so aus, als wenn's recht zu Ende wäre. Oh, das sieht nicht so aus. Oh, guck mal da, wo der Baumstamm über der Schlucht hängt. Guck mal da hin. Oh Gott, ja. Mag ich grad nicht. Ich meine, kommt der Regis mal einfacher. Aber also nur Grunts da drüben. Das ist jetzt. Oh, das sieht jetzt so aus. Oder haben wir jetzt irgendwie noch mit so einem, ähm, Captain zu tun? werden sehen es würde oben stehen ich bin gerade nicht so sehr da in die richtung du bist wenn du dich mal direkt hier hoch ja dann geht mal ab ich komm die hauen gerade ab da stehen sie ja gerade er hat dann versichert auch eine munitionsschutz könnte eigentlich noch weitermachen ja irgendwann muss doch diese runde mal zu ende sein ich weiß ja nicht ja du musst dann eben das mädchen ist und dann musst du kurz stehenbleiben ok wenn ihr meint ja ich glaube er meint den polizei vorstoß ja sollen wir gehen? ja ich bin jetzt hier, wenn die umgeblich beenden wir holen das war ja, wehen wir huuuh, halbricht, halbricht, oh boah etliche leute wieder erschossen wow 72.000 sofort bei mich ist halt nur einundsäufig war so oft tot da beschreiben wir uns ein bisschen hui, ja da kommen ein paar skillpunkte zusammen wieder einer 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 vier 23 ok du hast ja auch ein niedriges level, also naja danke uh, ein tresor 850 ein john wicks save, wow so was hast du denn für ne maske sieht cool aus alles klar, gut dann war's das mit dieser runde payday danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal top ано